Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trashy. Gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es mal wieder um unseren besten Freund Michael Wendler. Und ich finde es vielleicht mal ganz interessant für euch, dass wir heute, ja, für alle, die noch nie auf Telegram unterwegs waren, uns mal seine Telegram-Gruppe angucken und wie das so in den letzten Wochen abging dort. Er hat immer noch 140.000 Follower dort, knapp. Und ich möchte euch hier mal ganz typisch aufzeigen, ohne euch jetzt eine Nachricht vorzuspielen oder ein Video, heute wirklich mal einen Einblick liefern, wie diese ganze Telegram-Geschichte dort abläuft. Wir werden da wirklich mal ein bisschen durchgehen und halt auch dieses Muster hier nochmal zeigen, was ich euch quasi immer in den Videos sage, was dort halt so Phase ist. Und ganz typisch sind diese Postings hier, welches ich jetzt hier einfach mal zusammentrage. Das wirkt sehr wö und absolut dämlich. Aber nun gut, lasst euch von den Lügen dann nichts erzählen. Ja, auch immer mit Ausrufezeichen. Alles, was jetzt kommt, ist Plan der NWO-Agenda. Kontrollierte Zerstörung. Wenn man wollte, würde es sofort genügend Strom, Gas und Lebensmittel sowie Güter aller Art geben. Sie wollen den Zusammenbruch. Bereite dich jetzt darauf vor, dass es noch richtig heftig zur Sache geht. Ja, also er spricht da ja jetzt seit einem Jahr drüber, dass wir kurz vor der Zombie-Apokalypse sind und uns alle eindecken sollen. Und so wird natürlich auch immer wieder etwas gepostet, wie jetzt zum Beispiel, dass es jetzt um die Stromversorgung und die Strompreise geht. Er spielt gezielt mit den Ängsten von vielleicht recht einfachen Leuten, die ihn immer noch glauben. Also ich glaube, um Michael Wendler total abzufeiern, muss man sowieso ein bisschen einfacher gestrickt sein. Ja, aber nun gut, ich will jetzt nicht zu gemein sein. Und dann merkt man auch, nach diesem Posting und nach diesen Angstmachereien hier, gibt es dann auch sofort das tragbare Notstromaggregat. Wenn man auf diesen Link hier klickt, was ich jetzt hier mal mache vom Kopfverlag, dann landet man hier beim Kopfverlag und sieht dann, dass dieses Gerät 599 Euro kostet. Und lass das jetzt mal, wir haben ja schon mal über den Verdienst von ihm gesprochen, das ging ja in die 100.000 Dollar vor dem vierten Quartal. Naja, lass ihn jetzt mal 10% verdienen an so einem Verkauf über den Link und lass das einfach mal von 30.000 Leuten, die diesen Link hier gesehen haben, nur 5 am Tag sein, die es dann kaufen. Dann sind das auch schon 250 Euro passiv, also die man da verdient, das ist traurig. Dann geht es ja auch weiter mit dem Roggenvollkornbrot, der Pumpernickel darf natürlich auch nicht fehlen, man muss ja hier auch sich Vorräte ansammeln. Wie gesagt, dagegen habe ich noch nicht mal was, aber dann halt nicht für den Preis, dann sollte man vielleicht im Supermarkt gucken, ob es vielleicht das Roggenvollkornbrot auch ein bisschen günstiger gibt als für 33 Euro. Gut, das sind ja zwölf Dosen, aber ja, also da gibt es, denke ich, günstigere Alternativen an Pumpernickel und Co. Aber das macht er halt auch immer ganz gerne, dann halt auch sämtliche Dinge zu thematisieren, die natürlich Menschen betreffen, Strompreise, die Versorgung, dann halt natürlich auch die Lebensmittel. Dann kommt vorher immer so ein Posting, oh, das wird schon wieder knapp, das Klopapier, oh Gott, oh Gott, ja, wenn das Klopapier nicht mehr da ist, womit haben wir das verdient? Ja, und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, Pumpernickel, da kann man doch nicht Zeit machen, da kaufe ich jetzt auch nochmal ein paar. Und wie gesagt, lasst das jetzt hier auch nur 10% sein, das ist typisch als Affiliate-Partner, dass man ja auch vielleicht mal mehr bekommt, ja. Aber lasst es 10% sein pro Verkauf, dann sind das dann auch schon wieder 4 Euro und lasst das dann einfach hier mal 50 Leute gewesen sein, dann rechnet euch das mal über einen Tag raus oder hoch. Das ist dann ganz klar, dann gibt es hier auch wieder eine Meldung, Top News aus den USA, Leibarzt erklärt Biden für verwirrt und unfähig. Also er ist auch immer sehr anti Biden, selbst wenn Trump auch mal sagt, Mensch, die Impfung ist jetzt doch gar nicht so verkehrt, dann ist er dann auch enttäuscht, aber er ist trotzdem pro Trump. Und das geht natürlich immer wieder in die gleiche Richtung, ja. Das ist auch sehr oft die USA-Thema mit der Politik und was da so schief läuft, aber in Florida ist ja immer alles super, ne. Dass Florida die mit höchsten Corona-Zahlen die ganze Zeit hatte, wird dann verschwiegen. Dann wird halt auch immer was geteilt, wie zum Beispiel von Ken Jebsen oder anderen Leuten, die größere Gruppen haben, die supporten sich ja da zum Teil auch gegenseitig. Dann ist hier auch, ja, dann die nächste Angstmacherei, beziehungsweise auch ein Thema, was viele ärgert mit den Preisen der Spritpreise, ja. Und dass halt die Nachbarländer natürlich auch schon darauf reagiert haben, auf diesen Preisanstieg der Spritpreise. Dann spielt er natürlich auch gezielt mit den Ängsten der Leute oder mit der Wut. Das ist ein ganz psychologisches Thema hier, ja. Das ist clever. Aber dann wird natürlich auch der Lauterbach immer mal wieder aufs Korn genommen. Kann man halten von was man will. Dann ist natürlich Kiew und die Ukraine und generell Russland auch immer mal Thema, ja. Dann wird zwischendurch natürlich auch der gute Pumpernickel gepostet. Kann man auch noch mal gucken, für wie viel gibt es den Pumpernickel. Kostet auch 33,99 Euro, 12 Dosen. Mensch, das ist doch ein, ja. Ich glaube, Pumpernickel gibt es schon ab 1 Euro im Supermarkt. Also ähnliche Größe, ja. Also geht das dann bei Rewe oder bei Aldi Kauf oder wo auch immer ihr jetzt gerne hingeht. Dann geht es hier auch um die Sanktionen gegen Russland. Es ist das Typische, was in den Medien halt immer auf und ab geht, ja. Nur, dass er halt die Mainstream-Medien immer wieder dafür kritisiert und dann halt irgendwelche Postings macht, um dann halt die Leute einzufangen, die sich gerade tierisch über die Politik aufregen. Und man kann sich über die Politik in unserem Land aufregen, ja. Und damit greift er natürlich ordentlich auch den Leuten, die Leute ab und somit auch den Leuten in die Tasche in der Not. Denn ihr seht so ein Notstrom-Aggregat übrigens auch von Hyundai, ja. Brauche ich jetzt auch nichts zu sagen, ja. Also es ist auch mehr als lächerlich, dann sowas zu supporten. Ähm, aber dann gut, äh, immer schön gegen China und andere Länder wettern, aber dann halt nicht gucken, von welchen Elektroherstellern das Ganze dann hergestellt wird. Also das ist auch, also, da kann man ja nur noch drüber lachen. Ähm, dann ist hier mal wieder eine Audio, ähm, teilt immer mal wieder einfach blind und welche Audios, wo auch geschwobelt wird vom Feinsten. Unwahrheiten, Fake-News werden geteilt, äh, ist es unfassbar. Dann geht es natürlich auch immer um die Impfung und Corona ist natürlich auch nach wie vor noch Thema. Also ihr seht es hier, das kommt einem Posten nach dem anderen. Und das ist alles von einem Tag, was ich euch jetzt gezeigt habe, ja. Also wenn man jetzt hier runter geht, es geht weiter, 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 weiter. Und es wird alles geteilt, also er kann unmöglich, selbst wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, dass alles gegengelesen haben oder geprüft haben. Und das geht mir halt bei diesen Gruppen auch tierisch auf den Geist. Also wenn man da ein, zwei oder drei Sachen postet am Tag, dann kann man sagen, okay, das kriegt ein Mensch hin, äh, neben der Arbeit und Co. Oder meinetwegen auch zehn Quellen, wenn jetzt wirklich jemand viel liest. Okay. Aber einfach blind irgendwelche Sachen zu teilen, finde ich ganz, 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 ganz schwierig. Ja, dann ist natürlich auch Österreich Thema. Ist ja auch deutschsprachig, da kann man ja auch nochmal ein paar Notstromaggregate an den Mann bringen, für 600 Euro in der Not, ja. Oh Mann, also, äh, wie gesagt, hier ist sofort lieferbar, jeder Tag zählt. Also er macht doch immer wieder hier Angst vor dem Blackout. Also, äh, klar gibt's, äh, hier und da Stromausfälle. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht malig reden. Also, wie, man kann sich, äh, Lebensmittel zurücklegen, man kann auch ein Notstromaggregat zu Hause haben. Äh, meinetwegen, aber da gibt's auch, äh, bei anderen, äh, Seiten günstige. Ich kann ja bei Amazon mal gucken, äh, und ein Notstromaggregat euch unten als Gag verlinken. Ja, dann könnt ihr mich sogar supporten, ja, und, äh, mich hier, äh, äh, der Porsche zahlt sich nicht von allein, Kappa, ne. Also, von daher gönnt mir dann den Support und ich wette, ich kriege einen für unter 599 Euro, äh, für euch. Ähm, das, äh, sollte jetzt das Ziel sein. Ansonsten, äh, werden hier natürlich auch, äh, noch irgendwelche, äh, Memes geteilt zwischendurch. Ich glaub nicht, dass, äh, äh, sonderlich viel davon gegengelesen wird. Wie gesagt, ihr seht hier die Menge anquälen, ähm, die auch zum Teil fragwürdiger oder weniger fragwürdig sind, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ziemlich eindeutig, dass immer wieder, ähm, Dinge beworben werden. Hier ist eigentlich das große Überlebensbuch, also Überlebenstechniken, ja. Also, wenn man jetzt hier im Wald ausgesetzt wird, äh, das braucht man jetzt, ja, die Zombie-Apokalypse. Kann man auch nochmal ganz kurz gucken. Für 10 Euro, das geht ja sogar, ist also runtergesetzt, wenn man so ein Schnäppchen. Da kann man dann, äh, gucken, ja, wie man, äh, ja, zum Beispiel, äh, eine Falle baut. Ja, um sich das Wildschwein selbst noch zu erlegen. Und ein Shelter kann man ja auch bauen, ja, wenn man hier bei der nächsten Staffel von, ähm, wie hieß das von Fritz Meinecke mitmachen will. Äh, nicht Into the Wild, das war der Film, ne. Wie hieß das nochmal? Könnt ihr aber nur reinschreiben, äh, falls ihr noch, äh, ihr zuhört, ja. Dann gibt's natürlich den Wasserfilter, den ganz berühmten. Mal kurz gucken, wie teuer der jetzt momentan ist. Ich glaub, der ist für 69, ne, der war sogar relativ teuer. Ich glaub, 99, 99 noch was? 39, okay, meine Fresse. Ich hab euch, glaub ich, mal bei Amazon einen für 70 Euro verlinkt. Ich verlinke euch beides, ja, den, ähm, ich guck mal, und ein Pumpernickel. Also ich mach gleich, äh, ich mach dann einen Pin oben was an. Und dann könnt ihr auf jeden Fall, ich find glaub ich bei Amazon günstiger, ähm, die Dinge, wenn ihr jetzt Kummer habt und Sorgen, ja, und, ja, es geht hier nahtlos so weiter. Das ist, wie gesagt, alles hier Postings von ein, zwei Tagen. Ähm, die Bild wird natürlich auch sehr oft, äh, dann nochmal gepostet, ja, äh, die Einschränkungen bleiben. Ist ja eigentlich auch vielleicht jetzt noch sinnvoll, wenn die Zahlen jetzt gerade jetzt nicht so toll aussehen, ja. Erstmal, ähm, grob. Ich muss auch sagen, mich schränkt das ja auch alles gar nicht so ein, ja. Also man kann sich, äh, ich war neulich im Kino, man konnte es am Platz, äh, die Maske abnehmen. Äh, man kann Sachen unternehmen, äh, man muss sich an gewisse Regeln halten. Im Supermarkt hält man Abstand, find ich, gar nicht so verkehrt. Man kann zum Sport gehen, äh, man kann überall die Masken auch beim Trainieren abnehmen, äh, auch im Schwimmbad dann. Also ich weiß jetzt nicht, wo jetzt das krasse Problem ist, mal eine Maske für ein paar Minuten zu tragen. Er ist ja auch so ein Mensch, er hat ja sogar einen Attest, ja. Oder selbst wenn man jetzt mal für, 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 ich kann wirklich nur die Leute verstehen, die ihn wirklich den ganzen Tag auf der Arbeit ist tragen muss. Und da kann ich das verstehen. Ansonsten für mich, der jetzt im Homeoffice hier selbstständig ist, ich trage vielleicht, äh, in der Woche, äh, eine halbe Stunde die Maske. Ja, also das ist, äh, finde ich, auszuhalten. Aber soviel dazu. Ähm, ja. Ken Jebsen und Co. wird natürlich auch immer wieder geteilt, äh, die typischen Verdächtigen. Äh, wie gesagt, da kann man halten, von was man will. Ähm, ich wollte euch jetzt mal so einen Einblick, ähm, nach über einem Jahr liefern. Neben den, äh, Voice-Nachrichten und Videos, die es hier in Zukunft natürlich auch immer mal geben wird, ähm, und einigen Postings, die wir ja auch immer mal in der Playlist schon haben, fand ich das mal so ganz interessant, mal in diese Gruppe reinzugucken. Um auch euch mal zu zeigen, wie sieht denn das konkret aus? Und was passiert da täglich? Ja, also das ist, ähm, finde ich recht interessant. Also immer wieder das gleiche Schema, ähm, ein Artikel, ein Posting von ihm, äh, Angstmacherei und dann kommt der Post von Co. Verlag. Also das ist sehr eindeutig, wie er versucht, äh, sehr verzweifelt an Geld zu kommen. Sehr, sehr traurig. Und, ähm, ja, irgendwie auch, äh, spannend, dass jetzt bei seinem OF-Channel, seitdem Laura Müller ihr eigenes Ding macht, irgendwie komischerweise gar nichts mehr kommt. Ja, aber, äh, für den nächsten Hund hat's auch gereicht, äh, als kleine News, ähm, die haben sich ja schon wieder einen zweiten Hund geholt. Soviel dazu, das soll's dann für heute gewesen sein, ähm, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das hier noch mehr interessiert. Also ansonsten, ähm, schlagt mir gerne Themen vor bei Twitter und Instagram, ansonsten sehen wir uns morgen wieder zu täglichen, großes Trash. Und ich kann euch versprechen, es wird wieder Trashig. Bis dann und ciao, ciao.